Sie sind auf den Nieren, was tun sie? Und diese Nebennieren sind zuständig für die Hormonproduktion oder für einen Teil der Hormonproduktion, der wiederum Effekte hat, über den ganzen Körper. Im ersten Stressstadium nun erzeugen die Nebennieren das Adrenalin. Und das Adrenalin, wie ich schon vorher erwähnt, hat Effekte weitreichend im Körper und verursacht diese Angst-Schreck-Reaktion, Kampflucht. Nur Adrenalin auf der anderen Seite arbeitet zusammen mit den Nieren, um den Blutdruck zu steigern. Also können wir sagen, die Stressreaktion ist eine hormonelle Reaktion. Es geht hier um Kampflucht. Zweites Stressstadium und hier im zweiten Stressstadium schüttet die Nebennieren das Hormon Cortisol aus. Auch das Cortisol wiederum hat aber jetzt sehr weitreichende Effekte in unserem Körper. Es hat sogar Effekte auf unsere DNA. Und diese Veränderung in der DNA oder auch bekannt als DNS führt natürlich zur Veränderung dieser Zelle oder einzelner Zellen, um sich wiederum der stressigen Umgebung oder dem Stress besser anpassen zu können. Es hat dann natürlich weitreichende Effekte auf das Immunsystem, das Nervensystem, das hormonelle System, aber natürlich auch wie wir uns fühlen, unser Emotion und emotionelles Wohlbefinden. Und eins der Effekte von Cortisol ist praktisch die emotionale Reaktivität. Hast du euch schon mal passiert, dass ihr nach Hause gekommen seid und gesagt habt, ja, hallo, wie geht's dir denn? Und dann hat jemand euch den Kopf abgebissen? Cortisol. Es hat auch Effekte auf unsere Energielevels. Und folgende Konsequenzen kann dies dann wieder haben. Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, ADHS, Diabetes, Psychosen, Burnout, natürlich Burnout, ausgebrannt zu sein und noch viele weitere gesundheitliche Probleme. Und wir haben ja kurz schon vorgestellt, die energetische Struktur. Okay. And now I want to show you a model of how by working with energetic structures you can affect the effects of stress in your body. Aber wie kann es jetzt nun sein, dass, wenn man mit der energetischen Struktur arbeitet, dass das wiederum einen Effekt hat auf den Körper, wenn man gestresst ist? Ich gebe euch ein Beispiel. Und hier haben wir an dem zweiten Dreieck die anatomische Struktur, darüber die energetische Struktur. Und die anatomische Struktur natürlich beinhaltet Nebennieren und auch die Hormone. Und dazwischen haben wir als Verbindungsstelle das Nervensystem. Das Nervensystem funktioniert hier als Art Interaktionsstelle zwischen den energetischen Strukturen und der Anatomie und Physiologie. Also schauen wir uns jetzt mal an, wie biochemische Botenstoffe kommunizieren in unserem Körper. Und hier wieder, wir haben ein weiteres Dreieck. Und als chemische Botenstoffe kennen wir zum einen die Hormone, aber auch den Neurotransmitter. Also haben wir hier eine Interaktion, zum einen zwischen dem Nervensystem, dem Endokrinensystem, das ist ja unser Hormonsystem, und hier zum anderen dem Immunsystem. Und all diese Strukturen, die jetzt hier angesprochen wurden, haben natürlich biochemische Botenstoffe, die interaktiv mit allen verschiedenen Systemen kommunizieren können. Zum Beispiel, wenn jetzt hier das hormonelle oder endokrine System das Hormon Cortisol ausschüttet, ist ein Effekt von dem Cortisol, das Immunsystem zu unterdrücken. Das heißt, ihr werdet anfälliger für irgendwelche gesundheitlichen Probleme. Aber auch hier nach oben, vom endokrinen hormonellen System, der Effekt in Richtung Nervensystem, wo das Cortisol dazu führt, dass wir uns einfach schlecht an Dinge erinnern oder bis zum Gedächtnisverlustes gehen. Oder ich kann gerade, mir fällt es gerade nicht ein. Aber das Nervensystem, als ihn da beeinflusst wird, das hat natürlich auch wieder eine übergeordnete Funktion und steuert unsere Emotionen, unsere Gedanken, unsere Glaubenssätze, unsere Überzeugungen, unsere Muskeln, wie wir uns bewegen, und natürlich hier wieder Einfluss auf unsere energetische Struktur. Und wie können wir jetzt Einfluss auf all diese Probleme oder Themenbereiche nehmen? Und das gelingt uns, indem wir Einfluss oder mit der energetischen Struktur arbeiten. Über die energetische Struktur erreichen wir alle anderen Bereiche. Und die Neuroenergetische Kinesiologie bedient sich nun allen verschiedenen vorhandenen energetischen Strukturen, um eben alle anderen Bereiche zu beeinflussen. So, the, and this is how, with this system, the hormones through the nervous system, not only affect the memory, but also the emotions, and this is how we can become emotionally reactive. Und es ist nun so, dass praktisch hier die Hormone, das Cortisol, natürlich unser Nervensystem beeinflussen kann. Und über das Nervensystem werden ja wieder die Emotionen beeinflusst und so werden wir sozusagen reaktiv. Okay, how about I do a little demonstration of how it works? Also, wie wäre es denn, wenn er jetzt eine kurze Demo machen würde, damit man so ein bisschen Bild kriegt, wie das funktioniert? Wer würde gern nach oben kommen und einfach das mal ausprobieren? Oder mal sehen, wie das funktioniert? Mal schauen, ob jeder vielleicht Stress hat. Oder seid ihr alle stressfrei? Also, ich hebe jetzt einfach mal den Arm hier hoch. Und dieser Muskel hier oben an der Schulter wird auf Deltoideus genannt, dieser Muskel. Und jedes Mal, wenn ein Muskel sich kontrahiert, also zusammenzieht, dann tut er das, weil er natürlich Anweisungen vom Nervensystem bekommen hat, das so zu tun. Also, halte mal. So, I just push down on it, he holds it up. Er drückt jetzt einfach mal runter und es wird hier gut gegengehalten. So, was ich jetzt tue, ich überprüfe einfach mal, ob der Muskel auch gut funktioniert. Und das Überprüfen mache ich, indem ich in den Muskelbauch hineinzwicke, und das Überprüfen mache ich, indem ich in den Muskelbauch hineinzwicke, und abspindle und das funktioniert über Propriozeption. Das heißt, es gibt Rezeptoren in den Muskeln, die ich dann zusammenzwicke und dann gibt es Informationen, die weitergeleitet werden ins zentralen Nervensystem. Und der Muskel muss bei dem Zusammenzwickeln sich abschalten, weil er dann denkt, sozusagen, es passiert jetzt etwas mit dem Muskel, was nicht beabsichtigt ist, es kommt plötzlicher Impuls. Sicherheitshalber schalte ich jetzt den Muskel ab, damit es nicht zur Beschädigung des Muskels oder der Knochenstruktur kommen kann. Wieder eine Information über Reflexe. Das heißt, es ist kein bewusstes Arm nach unten fallen lassen, sondern es ist eine Reflexbewegung. Ich denke bitte an etwas Stressiges oder Stressvolles, was vielleicht heute Vormittag schon passiert ist. Also schaut mal, wenn ich jetzt den Muskelbauch zwicke und reinspindle über die Proprozeption, dann tut sich hier nichts. Der Muskel bleibt stark. Stress verursacht das. Das heißt, über ein Gedankenmuster, über ein Gedanken, haben wir ein unterschiedliches Muster an einem Muskel. Und wenn der Muskel dann so stark hält, wie er das jetzt eben getan hat, und eben nicht sich durch zwicken, abschalten lässt, dann befinden wir uns hier im zweiten Stressstadium der Adaption. Und jetzt suchen wir eine energetische Struktur hier, um dieses Problem zu lösen, mit einem Ausgleich zu schaffen. Hier haben wir das Kehlchakra was angezeigt, in Bezug auf den Stress von heute Morgen. Das heißt, das ist ein Thema beim Kehlchakra, da geht es irgendwie um Kommunikation. Er fragt jetzt, hat Kommunikation etwas zu tun? Er erinnert sich auch noch genau an 10 Uhr vormittags? Ja, das stimmt. Also am 10 Uhr vormittag ein Stress mit Kollegen. Wirklich, ja. Okay? Okay? And so when your body goes into Stress, it's harder to respond properly, because you can't think properly, you're emotionally reactive, your memory's not working properly, all these things, and yet you're supposed to act in a logical way. so you can't believe it's true. But, and then we are in the field. And you're not gonna be able to contain the nucleicARIFC, I'm gonna be able to get out a few miles an hour. That's gonna be able to get out